Hi, also heute will ich euch zeigen, wie man eine Maske aufträgt. Und zwar, man quetscht ja aus diesem Ding und dann... Plup! Ich versich das einfach ins Gesicht, oh ja ja, nur... Hm... Äh, mach hier auch ein bisschen, oh ja... Hm, 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 hm. Hey und herzlich willkommen bei einer weiteren NoCrate Aufpackungsfolge! Yay! Hä? Was? Oh. Haha. Also, heute NoCrate... Au, au, mein... Ähm... Ich hab meine Brille nicht auf... Blum, so... Ich bin nicht so besser... Oho... Und jetzt könnt ihr wieder sehen, was auf meinem Bildschirm ist da! Ahem... 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 Also... Attention Lutus! This crate is designed differently than any other crate before! Please read the first part of the magazine to see how! Diese Kisten werden immer kleiner! Ich meine ja nur... Oh Gott! Erst du groß, dann flacher, dann kleiner... Dann machen wir mal auf. Ich hab schon den Kleber gelöst. Und als erstes sieht man... Doc Delight! Okay. Dann mach ich mal auf. This is different, äh... Designed. Ich meine, das ist... Genauso wie sonst... Das ist das... Ich hab doch einen Prost-Pack getroffen. Was ist das? Ich hab doch einen Prost-Pack getroffen. Mal ja... Dann suchen wir mal das Prost-Pack. Das ist was! Das ist was... Okay. Ach so, wie geil! Also man kann daraus ein Diorama oder was ich heißt, basteln! Wenn man denn will! Also was haben wir denn hier? Wir haben... geraten oder ninjas? auf welcher seite bist du? okay das ist nichts was empfängt. dann haben wir hier ein man kann einen digitalen comic looten. der code ist unter meinen fingern. dann kann man noch ein ganzes spiel looten, sag ich mal. street fighter 4 arcade edition. wieder mal der code verbogen. das finde ich gut. was haben wir hier? was ist das? als creier ich einfach nichts alcoholic Mole haben, oder? dann dritte расch‼ dann dritte Warum gab es. doch Du! Also wenn Lego irgendwann so aussieht, ist das auch lustig. Okay. Okay. Also wir können 50 Rapats auf Wildstorm Battle Damage kriegen. Was haben wir gekriegt? Wildstorm. Ähm. Wieder ein Button. Diesmal für den Battle Battle. Und... Okay. 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 Oh. Oh, wie geil. Ich habe Geld bekommen. Yeah. Ich bin ein Assassassss-Sassassin- Ein Kung Fu Assassin- Und! Ich bin ein unglaublicher offizieller Member! Wir können Megaman Hüte kriegen, lasst mal gucken, welchen wir gekriegt haben. Helme, Hüte. So, so sieht das aus. Ja, hier in meinem Liefeld. So, noch. Ja, mein T-Shirt. Wir haben... Guck mal, wer es ist. Oder was es macht. Und hier sind die Figuren, die man so in dieses Ding reinbauen kann, wenn man lustig ist. Ja, ja. Hier... Guck! Nasser Arse! Yeah! Ich bin auf jeden Fall sehr gut für den nächsten Karate-Kampf ausgerastet. Und... Ich muss doch irgendwo stehen, was ist... Okay, Legos... Engelspompiers. Ähm... Das ist Piraten vs. Ninjas... Shirt... Hier ist der Piraten, da ist der Ninja. Hier. Tup! Leggrade war jetzt ein bisschen... Ich hab jetzt endlich ein Karate-Ding. Ich kann jetzt Karate... Hier ist Street Fighter werden. Und Capcom auf der anderen Seite. Ja. Ich bin endlich ein Member. Bis zum nächsten Mal! Ciao!